Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gartenzeile. Heute geht es wieder um die herrliche Bauerngartenpflanze mit den lila-rosa Blüten, die Hortensie. Und zwar wollen wir diese mit Hausmitteln düngen. Welche Hausmittel sich am besten eignen und was ihr dabei beachten müsst, erklären wir euch gleich. Viel Spaß! Die Hortensie braucht eine Düngergabe im zeitigen Frühling oder auch im Herbst. Doch womit düngt man am besten? Experten und auch die volkstümliche Überlieferung aus Omas Garten sind sich einig. Rinderdunk ist das Beste. Da der Rinderdunk für einen sauren Boden sorgt, statt den pH-Wert anzuheben, ist für Pflanzen wie Hortensien, Rote Dendron und Co. einfach ideal. Steht dieser nicht zur Verfügung, weil du in der Stadt wohnst oder es in der Nachbarschaft keine Kühe gibt, kannst du dir mit gekaufter Rinderdunk-Pellets helfen. Aber leider sind diese mit rund einem Euro pro Kilogramm recht kostenintensiv, besonders wenn du mehrere dieser schönen Blumen besitzt. Daher wollen wir hier nach Alternativen suchen. Eine davon ist die ebenfalls althergebrachte Brennnesseljauche. Sie kann viele Pflanzen Gutes tun, so auch für die Hortensie. Allerdings musst du sie verdünnt ausgebracht werden, etwa 1 zu 5 oder 1 zu 10 mit Wasser, möglichst Regenwasser. Gemischt. Wie du deine eigene Brennnesseljauche herstellen kannst, erfährst du in unserem Video dazu. Den Link haben wir dir unten in der Videobeschreibung reingepackt. Ein weiterer Hortensiendünger, der sehr gute Erfolge erzielt, ist der sogenannte Laubkompost. Dabei wird zersetztes Laub genutzt, welches möglich von Eichenlaub stammen sollte, da dieses das benötigte Säuremilieu hervorbringt. Birken und anderes Laub dürfte in geringen Mengen beigemischt sein. Wenn du solchen Laubkompost herstellst, musst du allerdings auf Kalk zur Beschleunigung des Kompostvorgangs verzichten, weil dieser sonst den pH-Wert hebt. Positiv daran ist der hohe Gehalt an Mineralien und Stickstoff. Der Kompost wird 2-3 cm dick um die Pflanze herum auf dem Boden ausgebracht und locker eingearbeitet. Dieser Dünger soll vom Frühling an bis zum August alle zwei Wochen ausgebracht werden. Eine weitere Möglichkeit ist Nabelkompost. Dabei werden Nadeln verschiedener Bäume kompostiert, wobei dies mindestens drei Jahre benötigt. Fichten- und Lärchennadeln sind besonders gut geeignet und können wechselweise mit Grünschnitt aufgestapelt werden. Hoher Stickstoffanteil und viele Mineralien sind der Vorteil. Wenige Zentimeter dick ausgebracht und eingearbeitet, ist edler Nadelkompost eine Wohltat für die Hortensie. Ein Dünger, der zwar auch fertig gekauft werden kann, aber in ländlichen Gegend bestimmt von Bauernhof erhältlich ist, kommt mit den Hornspänen zum Einsatz. Dieser ist ebenfalls ein guter Stickstofflieferant. Eine Handvoll Späne genügt für deine Pflanze. In fast jedem Haushalt vorhanden ist Kaffeesatz, der als Dünger für Pflanzen einen guten Ruf hat. Er wirkt zu dem pH-Wert senkend, was für die Hortensie sehr gut geeignet ist. Stickstoff, Kalium und Magnesium sind zudem enthalten. Eine dünne Schicht getrockneter Kaffeesatz sollte um die Pflanze herum ausreichen. Vom Frühling an bis etwa Mitte Juli sollte dies nach Niederschlägen immer wieder nachgelegt werden. Ganz am Rande wirkt Kaffeesatz auch noch gegen Schnecken, da das Koffein giftig für die Tiere ist. Mineralien bringen auch Gemüsebrühe. Hast du Brühe gekocht, musst du den Sud nicht wegschütten. Diese Brühe kann als Gießwasser verwendet werden und bringt die gelösten Inhaltsstoffe in die Erde. Ähnlich dem Kaffeesatz sind auch Teebeutel ein guter Dünger. Besonders schwarzer und grüner Tee sind geeignet, um als getrocknetes Abfallprodukt ausgebracht zu werden. Die Gerbsäuren tun dem pH-Wert gut und Stickstoff, Kalium und Magnesium sind für die Pflanzen eine Wohltat. Der Tee wird einfach lose im Bereich der Wurzeln ausgestreut. Und noch eine weitere Biomasse ist als Dünger geeignet, Bananenschalen. Sie werden kleingeschnitten und setzen dann im Boden Mineralstoffe frei. Bei den genannten Hausmitteln ist sicherlich etwas dabei, was du ohnehin zu Hause hast oder was du entsprechend sammeln kannst, um daraus den benötigten Dünger herzustellen. Der Aufwand ist jedenfalls sehr gering und so ist eine preiswerte Alternative, zumal das meiste schon in den Abfallkübeln wandern sollte. Wir hoffen, dir hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wenn du eher ein Fan der Hortensie bist, schau dir auch unsere anderen Videos rund um den herrlichen Strauch an. Bis du eher ein Freund des schriftlichen Wortes und interessierst dich generell für das Thema Garten, dann schau auch in unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, 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 bye. Vielen Dank.